Alter, wer ist er denn, Chat? Loll, ist der Diamant? Junge, was hat er denn für ein Geweih? Was hat er denn für ein Geweih, Chat? 450 bis 537? Ab wann sind die hier? Das ist der größte Vapit, den ich jemals gesehen habe. Was zur Hölle? Bär, geh mir aus dem Weg jetzt hier. Geh mir aus dem Weg, ich muss da durch. Das ist doch wohl safe, dir, oder? Guckt euch das Geweih an, Alter. Jetzt guckt euch das Ding doch mal an, Chat. Alter. Rein, liegt direkt. Liegt einfach direkt. Hier, den nehmen wir noch mit. Junge, er stolpert über das Geweih von dem. Habt ihr gesehen, Chat? Der ist über das Geweih gestolpert. Ja, ich hab auch grad ein bisschen Angst, Backfisch. Der lag sofort, komischerweise. Und bei Doppelunge liegen die eigentlich nicht, oder? Ich hab ein bisschen Angst, dass ich es hochgeschossen hab, ey. Johoho. Einfach ein Monster. Einfach ein fucking Monster. Diamant. Ich hab da... Boah, fast verschossen. Bis zum nächsten Mal.